Ich muss leider wieder komplett dahin laufen, aber ich habe ja gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Aber... Die Sonne richtet sich nicht allein. Ah ja. Hey! Ich bin voll. Ich gehe auch direkt dahin. Ich sammle nichts anderes ein. Wie sieht es mit meinen Waffen aus? Den noch nicht. Mit die Schrottflitte. Hallo! 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 Ich gehe mal los, würde ich sagen. Ich bin nicht angezeigt. Ich gehe los. Wie macht man Pinplatz hier? Ja, okay. Dann lass mir da mal rüber. Ich gehe los. Ich gehe los. Oh ja. Ich gehe los. Ja, schnapp... Ich gehe los. Ist da jemand? Nope. Und aus den Stroten schießt man da oder was? Juhu. Ja. Südallank? Vorerst ja. Halt, warum laufe ich denn von da aus? Wie ein Trottel. Kann ja da hinreißen. Ich bin da ja fuhl. Ich gucke, ob ich vielleicht den ja freischalten kann. Für den Fall, dass mich die Lust verlässt und ich vielleicht wieder von vorne an schon los. Beziehungsweise weil ich dann aufhöre. So. Wie war Nummer Z? Dann lass mal was sehen. Wir sind vollerweise den Weg einfach weiter bis zur Hauptstraße und dann sollte ich das links schon sehen können. Ich muss jetzt sitzen... das ist da oben gedenktafel da vorne flieg los du Federvieh die plötzlich da aufgetaucht kippen bei dir kippen bei kippen Ah, schon besser. So, wir haben alle erledigt. Das war ja gar nicht nervig. Wo sind denn plötzlich die Bearrider-Dinge auf, Leute aufgetaut, oder? Der 5 war Schnellspannung, oder? Wow. So, okay, jetzt wird er voll. So, okay. So, okay. So, okay. Mach dich nützlich. Das wird echt besser hier rechts umfassend. Oh, ich möchte eine Einstellung, man kann nicht, ob ich skillpunkte verteilen? Oh ja. Boah. Ähm. Lass es hin voll. Schafenswiderstand ist sogar erstmal ganz cool. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Lockwerfer ist aber ganz geil. Das ist einfach ganz geil. Das ist einfach. So, ich kann mich nicht mehr auf dem Weg bringen. Das ist einfach nicht mehr so. Ich kann mich nicht mehr so. Aber ich kann mich nicht mehr auf dem Weg bringen. dann lass mal was sehen ich weiß dass kurs bevor ich in den dings reingehe kommen noch mal welche sollte ich am besten in den schrott nehmen kommen aber beim piegel kann ich da keinen flock drauf machen da ist ein flock drauf okay das ist versichtige feuer wo ist denn der will ich schon hin sehen wir uns mal um der ist ja direkt um das eck hier ja ich wollte alle zu staub zerfallen das ist das weiß ich meine du kannst nicht anhaben genau so hatte ich das geplant und ich mit dem hier ja hoppala da war ja doch noch einer gehen wir da mal rein und das weißt du auch sehen wir uns mal um ok 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 Ich hab schon Muni bekommen. Okay, jetzt auch statt dem hier würde ich sogar schon den Flockwerfer reinballern. Das ist die Schrotflinte, wo ist eine Flockwerfer? Ah, das ist nicht rot. Warum hab ich denn die ausgewählt? Jetzt kommt das geile krasse Haus hier und diesmal soll aber Tag das Fledermäuschen. Muss ich, glaub ich, letztes Mal kaputt machen oder so, ne? Ich glaub, die sind immer nur kaputt geblieben. Oh, ich hab eigentlich genug von der Scheißdinge. Geh wohl nochmal rein. Das ist nur Schrotflinte. Sehen wir uns mal um. Du brauchst mich. Ich... Schleier an. Ich muss sie jetzt. Oh. Wann springen wir nicht mal weg? Genau. auch verlassen das nicht das hatte ich ja letztes ich meine das ding von eben was das einzige der einzige gegner vor dem entwurz das sind wir direkt hochspann das ich muss da gegenüber runter kann auch direkt hier links eigentlich ne aber da habe ich dann besser ich habe die offensäule quasi willst du das wirklich vor mir gibt es kein verstecken du hättest still bleiben sein ich brauche blut und zwar schnell oh wow oh wow Pfff... Pfff... Es wird Zeit für den Schmetterling! Pfff... Du tust dir nur selbst will... Pfff... 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 Du wirst mir die Trance nicht nehmen! Pfff... 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 Pfff! Pfff... 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 Pfff.... Pfff... Haben das alle von denen? Ok. Ich bin jetzt zwar hier, aber es ist noch nicht so schlimm. Ich kann mich um dich. Ich kann das beenden. Es wird Zeit für den Schmetterling. Was wird das bringen? Du wirst ein Teil von mir, genau wie sie. Vor mir geht's kein Verständnis. Also dann! Meine Fresse! Geht das doch gar nicht, richtig? Ob der gerade da schön voll ist, will ich nicht. Ich kann mich zu weit vorne sehen, sonst kriegt mich der scheiß Schmetterling. Ich kann mich bald. Ich werde nur nicht sterben. Ich werde nur nicht sterben. Hör mich! Nein! Das darf nicht! Was muss ich machen? Da! Flock! Hey du! Ich hab da was für dich! Ich kann nicht sterben! Ich kann nicht sterben! Du kannst nicht! Ich kann nicht sterben! Ich kann nicht sterben! Das war für Emilia! Das war für Emilia! ich habe doch dass man jetzt keine gute idee das könnte sein dass ich vielleicht sterbe wo sollen das viele sein da ich glaube wir sind in der Mitte oder Ja, ist eine Schöne. Ein Vampyrgott-Relikt? Moment. Das ist das einzige, was ich noch machen musste, um das Spiel durchzuspielen. Alles normal aus. Zur Feuerwache, da muss ich ihr hin. Es gibt jetzt ja quasi keine Vampire mehr, oder? Es sei denn, die sind gar nicht verbunden miteinander. Mit dem Holo-Man. Alpha-Holler-Heuler-Tag. Warte, ich will nur mal kurz an- äh, gucken. Ja, anpassen. Outfit. Söder. Feuer. Das ist kein ganzes Outfit. Ich will ja auch kein Set tragen. Oh, ich nehme ich das Set hinweg. Ich nehme ich das Set weg. Ich nehme ich das Set weg. Das ist ein kaputtes Auge, das ich gerade erst. Ich kann den tragen. Ich wollte gerade sagen, jawohl, die Brille ist ein bisschen groß, ne? Aber... Ich nehme das. Ich finde das gerade lustig. Das ist eine Frage, wo muss ich hin? Wahrscheinlich oben. Zum Besprechungsraum. Ey, hör mal. Seit du den Holo-Man ausgeschaltet hast, funktionieren einige Funkfrequenzen wieder. Ist doch gut. Wir haben alles. Ähm. Also, einmal auf Quest-Kill-Mission. Die ist wo? Bist du denn ausgewählt? Bist du denn ausgewählt? Vielen Dank.